...des Bundesgefängnisses von Iowa. Nur eine 9 Meter hohe Mauer trennt die Einwohner von Fort Madison von einigen der gewalttätigsten Verbrecher. Die meisten, die hier einsitzen, haben die furchtbarsten und abscheulichsten Verbrechen begangen. Einige wurden aus anderen Strafanstalten hierher verlegt, weil man nicht mit ihnen fertig wurde. Sie kennen keine Rücksicht. Man kommt hier rein und plötzlich passiert ein Mord oder ein Beamter wird mit einem Dosenöffner angegriffen. Man muss bei jedem Schritt, bei jedem Häftling, den man trifft, damit rechnen, dass so etwas passiert. Das ISP ist das einzige Hochsicherheitsgefängnis von Iowa. Hier leben die Schlimmsten der Schlimmsten. Seit ich hier bin, wurde ich von keinem der Häftlinge verletzt oder vergewaltigt. Und wissen Sie warum? Die wissen, ich würde sie aufspüren und umbringen. Bei einem Kräfteverhältnis von 20 zu 1 zugunsten der Insassen stehen die Vollzugsbeamten vor der schweren Aufgabe, Verbrecher im Zaum zu halten, die sich in anderen Gefängnissen allem widersetzten. Deshalb gibt es hier für brenzlige Situationen eine Spezialeinheit. Das Correctional Emergency Response Team, kurz CERT genannt. Eine Eliteeinheit unter dem Kommando von Lieutenant Bernie Schneider. Unsere Aufgabe besteht darin, diesen Ort für Insassen und Mitarbeiter sicherer zu machen. Wir begleiten aufsässige Häftlinge, sobald sie die Zelle verlassen. Zur Aufgabe von CERT gehört auch die Durchsuchung der Zellen nach Waffen und Schmuggelwaren. Unter der Matratze findet man nichts, aber sie schneiden oft Löcher rein. So wie das hier. Daran lässt sich gut Schmuggelware verstecken. Im Laufe der Jahre hat das Team ein beachtliches Arsenal beschlagnahmt. Dieses Handball wurde in einer der Werkstätten aus Metallresten hergestellt. Mit diesem Messer wurde ein Häftling enthauptet. Das ist die Art von Waffe, die sie bei einem Aufstand ganz offen tragen, damit wir sie auch ja sehen. Sobald wir unser Augenmerk darauf richten, entgeht uns die kleinere Waffe in der anderen Hand. Und das ist die, mit der er zusticht. Ziel der Einheits CERT ist es, den Strafgefangenen immer einen Schritt voraus zu machen. Damit sich die Vorkommnisse von 1981 nicht wiederholen. Damals hatten Häftlinge genügend Waffen versteckt, um das Gefängnis unter ihre Kontrolle zu bringen. Sobald wir die Alarmsirene hören, sind die Bilder von damals wieder da. Der Aufstand begann morgens um neun. Wir wussten sofort, was los war. Überall rammten Häftlinge schreiend herum. Als wir reingingen, standen schon zwei da. Einer hatte ein Gewehr, der andere ein Messer. Wir mussten mit erhobenen Händen durch die Küche wieder raus. Innerhalb kürzester Zeit hatten die Aufrührer acht Vollzugsbeamte als Geiseln genommen. Wir mussten mit ansehen, wie sie alles auseinander nahmen. Im Hof stand ein Traktor, mit dem haben sie die Zäune niedergerissen. Erst um 22 Uhr konnten die Beamten, unterstützt von der Highway Patrol, das Gefängnis stürmen und wieder unter ihre Kontrolle bringen. Zwölf Stunden hilflos warten, wenn die Freunde als Geiseln gehalten werden. Das soll keiner je wieder durchmachen müssen. Am Ende sah das Gefängnis aus, als sei ein Tornado der Stärke 5 darüber gefickt. Der Aufstand zog drastische Veränderungen nach sich. Monatelang blieben die Insassen 23 Stunden am Tag unter Einschluss in den Zellen. Und die Verwaltung beschloss, die SIRT-Einheit zu gründen. Fünf Jahre später wurde das Team auf eine harte Probe gestellt. 6. Januar 1986, 7 Uhr morgens. Bewaffnete Häftlinge stürmen das Gebäude Nummer 319 und nehmen sechs Vollzugsbeamte als Geiseln. Sie hatten das ganze Gebäude besetzt und das gesamte Personal überwältigt. Innerhalb einer Stunde haben wir gestürmt. Ein Heckenschützer am anderen Ende des Innenhofs entdeckt die Insassen. Sie haben sich mit ihren Geiseln im dritten Stock verbarrikadiert. Wir legten unsere Kampfanzüge an. Dann drangen vier Teams nacheinander in die unteren Bereiche vor. Sie machten viel Lärm als Ablenkungsmanöver, damit wir uns den dritten Stock vornehmen konnten. 30 Sekunden später stürmt das bewaffnete SIRT-Team das besetzte Büro. Kaum sahen sie unsere Gewehre, hoben alle die Hände hoch und das war das Ende. Man hörte sogar, wie die Häftlinge ihre Zellentüren zuwarfen. Kein einziger wollte unseren Waffen gegenüberstehen. 1986 war der Spuk in weniger als zwei Stunden vorbei. Mehrere Insassen wurden schwer verletzt. Ich hatte sogar mit Toten gerechnet, aber kein Beamter wurde verletzt und kein Häftling getötet. Ein gutes Ende. SIRT hatte die Feuertaufe bestanden. Ich sage meinen Leuten immer, wir hatten einen Aufstand mit sechs Geiselnahmen und ich war trotzdem pünktlich zu Hause. Doch der schwärzeste Tag in der langen Geschichte des Gefängnisses bleibt für jeden, der im ISP arbeitet, der 14. November 2005. Damals passierte das Unvorstellbare. Zwei der gewalttätigsten Verbrecher flohen über die Mauer ins friedliche Fort Madison. Ich erhielt so gegen 19.30 Uhr einen Anruf von der Nachmittagsschicht. Der Sergeant informierte mich, dass zwei zu lebenslänglich verurteilte Mörder entflohen waren. Etwa eine Stunde zuvor waren Robert Ligendre und Martin Moon durch das Fenster des Werkstattgebäudes entkommen. Hier war damals alles geschlossen, doch sie konnten sich trotzdem reinschleichen. Sie hatten sich unter anderem ein Seil und einen Greifhaken bereitgelegt. Dieses Fenster war damals noch nicht so gesichert wie heute. Sie traten es ein und gelangten in den Hof. Von dort liefen sie zu dem Zaun. Von diesem Dach kann man den Fluchtweg verfolgen. Die Entscheidung, genau hier über die Mauer zu fliehen, war wohl überlegt. Die beiden wussten, dass der angrenzende Turm aus Kostengründen unbesetzt war. Als sie das Geländer erreicht hatten, haben sie ihr Seil beim unbesetzten Turm 4 befestigt, sind über den Überhang gestiegen und haben sich runtergelassen. Wir haben daraufhin sofort den Außenbereich abgesucht. Sie sind da rüber, durch die alte Waschanlage, vorbei am Geldautomaten. Von da gelangten sie in die Innenstadt. Über die Lautsprecheranlage, die normalerweise für Tornado-Warnungen vorgesehen ist, wandte sich die Polizei an die Bevölkerung. Wir benutzten dieses Außenwarnsystem. Die Ansage lautete, Achtung, Achtung, zwei Häftlinge sind aus der Strafanstalt geflohen. Vermutlich sind sie im Ostteil der Stadt. Bitte verschließen sie ihre Türen, schalten sie Fernseher und Radio ein. Falls sie etwas Verdächtiges im Haus oder der Garage bemerken oder eine unbekannte Person auf der Straße, rufen sie die Polizei. Als die Flucht entdeckt wurde, rief mein Chef, Lieutenant Bernie Schneider, mich zu Hause an. Ich wohne nur drei Kilometer vom Gefängnis entfernt und machte mir Sorgen, meine Frau und mein Baby allein zu lassen. Bevor er zum Dienst eilt, bereitet er seine Frau auf das Schlimmste vor. Ich sagte meiner Frau, sie soll die Türen abschließen, gab ihr meine Pistole und wies sie kurz ein. Meine Frau kennt meinen Job. Sie hat nie versucht, mich zurückzuhalten. Aber ich hatte Bedenken, meine Familie allein zu lassen. Diese Typen konnten ganz in der Nähe sein. Eine Stadt hält den Atem an. Zwei Mörder laufen frei herum. Nach allem, was wir wussten, mussten wir damit rechnen, dass die beiden sehr geduldig, erfinderisch und zum Äußersten bereit waren. Fort Madison in Iowa gehörte zu den Städten, in denen die Leute sich sicher fühlten. Viele ließen ihre Türen unverschlossen bis zum 14. November 2005. Der Tag, an dem die beiden verurteilten Mörder Robert Legendre und Martin Moon aus dem Gefängnis ausbrachen, war für alle ein Schock. Das Gefängnis war nie eine Bedrohung. Ich hätte nie gedacht, dass sie die Mauer überwinden. Gegen 18.30 Uhr waren Legendre und Moon mit Hilfe eines Seils und eines Greifhakens über die neun Meter hohe Mauer geflohen. Ein Informant erzählt den Vollzugsbeamten, sie hätten die Absicht, eine Familie als Geiseln zu nehmen. Als wir von der Flucht erfuhren, war ich mit meinem Mann und meinen beiden Kindern in unserem Haus, etwa vier Blocks vom Gefängnis entfernt. Wir gingen ums Haus, kontrollierten alle Fenster und verschlossen alle Türen. Etwas, was wir um diese Tageszeit sonst nicht tun. Damals waren unsere Kinder sechs Monate und zweieinhalb Jahre alt. Nach allem, was wir wussten, mussten wir damit rechnen, dass die beiden sehr geduldig, erfinderisch und zum Äußersten bereit waren. Wir sind davon ausgegangen, dass die Häftlinge sich irgendwo in der Stadt aufhielten. Wir wurden der Polizei zur Unterstützung bei den Hausdurchsuchungen zugeteilt. Wir gingen mit schussbereiter Waffe von Tür zu Tür, gefolgt von einem Sergeant mit Hund. Wir haben jedes Haus untersucht und keinen Raum ausgelassen. Die Lage in Fort Madison bleibt angespannt, bis Moon drei Tage später in Illinois geschnappt wird. Einen Tag später wird Lichendre in Missouri verhaftet. Ich kann nur sagen, 11.000 Leute haben erleichtert aufgeatmet. Das Gefühl von Sicherheit in Fort Madison war weg, doch etwa 30 Tage später hatte sich alles wieder beruhigt. Nicht so auf der anderen Seite der Gefängnismauern. Der Leiter des ISP und zwei weitere leitende Angestellte wurden versetzt und die Stadt bekam einen neuen Sheriff. John Ault wurde der siebte Direktor in nur zwölf Jahren. Ich bin jetzt seit 33 Jahren im Dienst. Wenn man seine Arbeit nicht vernünftig macht, werden Menschen verletzt und getötet. Eine seiner ersten Maßnahmen war die Einführung einer Null-Toleranz-Politik, die auch die kleinste Regelverletzung ahndet. Wer bei einem Kampf erwischt wird, wird für ein Jahr eingesperrt. Einige Häftlinge machten, was sie wollten und als wir sagten, damit sei Schluss, wurden sie wütend. Doch sie haben selbst Schuld. Der neue Direktor verbesserte auch die Belohnungen für Informanten. Über Notizen oder Kassiber erfahren die Beamten von Regelübertretungen noch bevor sie stattgefunden haben. Und das sät Zwietracht unter den Häftlingen. Wer hier eine Regel bricht, wird sofort verpfiffen. Hier gibt's viele Verräter. Sie rennen sofort los zum nächsten Aufseher oder schieben ihm einen Kassiber zu. Ein Haufen Scheiße. Man sollte meinen, im Knast ist man von Leuten umgeben, die ihr Maul halten und sich um ihren eigenen Kram kümmern. Aber hier ist es so eng, da redet jeder über jeden. Das ist kein normales Gefängnis. Die Sicherheitsvorkehrungen im ISP wurden auch durch ein neues Alarmsystem verstärkt. Und durch rund 300 Überwachungskameras, die alle mit dem Kontrollzentrum verbunden sind. Unsere Kameras sind überall. Wie hier im Gefängnishof. Wir können die Insassen auf Schritt und Tritt verfolgen. Aber es gibt immer tote Winkel, wo uns was entgeht. Und so ein toter Winkel ermöglichte Moon und Ligendre 2005 die Flucht, als sie in der Nähe eines unbesetzten Turms über die Mauer entkamen. Etwas, das nie wieder passieren wird. Das ist eine Ruger Mini 14. Sie hat eine Reichweite von etwa 275 Metern bei offener Visierung. Oben auf dem Turm hat man damit eine sehr wirkungsvolle Waffe. Und das wissen die da unten. Und schließlich hat John Ault der SIRT-Einheit noch eine weitere Aufgabe übertragen. Die Überprüfung der Fenstergitter an den Zellenblocks. Wir kontrollieren die Gitterstäbe in regelmäßigen Abständen. Wir haben Plastikhämmer und falls die Stäbe angesägt wurden, macht das ein typisches Geräusch. Wir klopfen sie ab und rütteln im Zweifelsfall dran. Einmal stießen wir auf drei Stäbe, die durchgesägt, mit Zahnpasta wieder zusammengeklebt und übermalt worden waren. Man konnte sie mit der bloßen Hand rausziehen. Wir haben die Flucht also gerade noch rechtzeitig verhindert. Doch keine dieser neuen Maßnahmen macht die Verurteilten weniger gefährlich. Bei einigen ist besondere Vorsicht geboten. Roman Fountain wurde ins ISP verlegt, nachdem er vier weibliche Vollzugsbeamte angegriffen hatte. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden verschärft. Er wird vom SIRT-Team in die Zelle gebracht. Mal sehen, wie er sich benimmt. Wie alle neuen Häftlinge erhält Fountain eine Grundausstattung, die als besonders sicher gilt. Er bekommt eine Sicherheitszahnbürste mit verkürztem Griff, sodass er weder sich noch andere verletzen kann. Und einen Sicherheitskugelschreiber. Total flexibel. Auch damit kann man niemanden verletzen. Zunächst muss Fountain in die medizinische Abteilung, in der psychisch gestörte Häftlinge untergebracht sind. Oder solche, die besonders beobachtet werden müssen. Du brauchst es wohl einen Tapetenwechsel? Mit seiner Vorgeschichte von Gewalt gegen Frauen wird Fountain hierbleiben, bis es als sicher gilt, ihn zu den anderen Häftlingen zu lassen. Er könnte auch für den Rest seiner Strafe hierbleiben müssen. Ich habe ein Problem mit Frauen, weil ich nicht mag, wenn sie ihre Spiele mit mir treiben. Ich mag gar nicht daran denken. Ich habe Probleme mit Frauen. Ich mag es nicht. Ich kann nicht mal daran denken. Er wurde buchstäblich gegen jede Frau in seinem Umfeld ausfallend und beleidigend. Das muss aufhören. Oder er sitzt seine gesamte Strafe in der Einzelzelle ab. Da gibt es kein Wenn und Aber. Er bekommt keine Gelegenheit, irgendjemanden zu verletzen. Die größte Herausforderung für die SIRT-Einheit sind Zellenräumungen. Das SIRT-Team macht seine Arbeit und geht. Die Strafanstalt in Fort Madison ist Endstation für Iowas schlimmste Verbrecher. In anderen Gefängnissen wird nicht lange gefackelt. Wer zu viel Mist baut, landet hier. Denn hier sorgt das speziell ausgebildete Elite-Team SIRT für Ordnung. Das ist die letzte Warnung. Es kommen noch andere Tage. Wir übernehmen die Arbeit, die den anderen Vollzugsbeamten unangenehm ist, weil sie nach so einer Aktion oft zur Tagesordnung übergehen müssen. Auf einem Schießstand in der Nähe übt das Team mit Blindgranaten den Ernstfall einer Geiselnahme. Doch die Übung wird durch einen Alarm unterbrochen. Alle müssen sofort zurück. Wenn wir da sind, wissen wir mehr. Wenn Insassen sich weigern, die Anweisungen der Beamten zu befolgen, kommt das SIRT-Team und räumt die Zelle. Jeremy, zum letzten Mal! Komm und lass dir die Handschellen anlegen, damit wir dich verlegen können. Öffnet die Elf! Die meisten zeigen sich allein beim Anblick des Teams kooperativ. Doch nicht alle. Einige schütten Shampoo auf den Boden und schmieren sich mit Vaseline ein, damit wir sie nicht packen können. Das macht es natürlich schwieriger. Im Besprechungszimmer erfährt Lieutenant Schneider Näheres über die Situation in dem Block, wo der Alarm ausgelöst wurde. Ein Häftling will nicht aus der Dusche kommen. Im Block 220 hat sich Häftling Fickling in der Dusche eingesperrt. Er wurde mit Schmuggelware erwischt und daraufhin wurde seine Sportstunde gestrichen. Alle Insassen unter Einschluss dürfen täglich eine Stunde im Hof in einem Sicherheitskäfig trainieren. Jeremy wurde erwischt. Er hat ein Stück aus dem Metallzaun gebrochen, vermutlich um daraus eine Waffe zu basteln. Als sie ihn in der Dusche filzen wollten, weigerte er sich rauszukommen und hat mit Mord gedroht. Macht euch fertig! Meine Devise lautet, reingehen, die Sache erledigen und Rückzug. Ich gebe jedem eine Chance, freiwillig rauszukommen. Mich interessiert nicht, warum er nicht rauskommen will. Ich bin nicht hier, um gute Ratschläge zu erteilen. Er hat seine Chance und die ergreift er hoffentlich. Wenn nicht, hat er selbst Schuld. Für eine Zellenräumung werden für gewöhnlich fünf Männer eingesetzt. Drei gehen rein und überwältigen den Häftling, einer legt ihm die Fesseln an und der Einsatzleiter bleibt draußen und gibt Anweisungen, wie ein Fußballtrainer. Wir geben ihm eine Chance. Danach gehen wir sofort rein. Noch Fragen? Visier runter. Fickling weigert sich, aus der Dusche zu kommen, weil die Beamten, die ihn nach Waffen durchsuchen wollten, beim Anlegen der Handschellen zu brutal vorgingen. Ihr alle wollt mich filzen? Umdrehen und darüber. Egal, was die gesagt haben, ich hab nie Widerstand geleistet. Die wollten mir die Gelenke brechen. Hatten Sie schon mal Beamte angegriffen? Nein, nie. Sie schmeißen nur mit Seife? Stimmt. Mr. Fickling, wir werden Sie jetzt filzen. Cool, ich hab nichts, Mann. Nichts aus dem Käfig mitgebracht? Nein, ich hab nichts gemacht. Die Beamten suchen bei Fickling nach dem Stück Metalldraht oder etwas anderem, woraus sich eine Waffe machen ließe. Drehen Sie sich um. Öffnen Sie den Mund, strecken Sie die Zunge raus. In Ordnung. Gesicht zur Wand. Wir ziehen Ihnen jetzt Ihre Shorts und die Schuhe wieder an. Okay, rückwärts raus. Nachdem sicher ist, dass er nichts bei sich hat, begleitet das SIRP-Team den Häftling zurück in seine Zelle. So soll's sein. Er kam raus. Er wollte nur mal jemanden sehen, der nicht im Block arbeitet. Die Einheit kommt, erledigt die Arbeit und geht. Das ISP beherbergt die schlimmsten Verbrecher des Staates Iowa. Doch im Block 319 wohnen die Schlimmsten der Schlimmsten. Ich hab das Fenster eingetreten und sie erstochen. Sie ist im Wagen verblutet. Lieutenant Bernie Schneider, Leiter des Elite-Teams SIRT im Gefängnis in 4Madison, hat schon viel Wahnsinns-Taten erlebt. Doch ein Gewaltdelikt unter den Häftlingen wird ihm immer im Gedächtnis bleiben. Ich werde den Mord im Speisesaal nie vergessen. Ein Typ wurde erstochen und zwar mit solcher Gewalt, dass der Stich durch den Körper ging und die Spitze der Waffe sich in den Zementboden bohrte. Unter der Leiche hatte sich eine riesige Blutlache von fast 1,80 Meter Durchmesser gebildet. Aber es war nicht der Mord an sich, der mich so entsetzt hat, sondern die Tatsache, dass die anderen seelenruhig ihr Frühstück aßen. Sie haben nicht mal hingesehen. Wie kann ein Mensch da sitzen und sein Müsli essen, während neben ihm ein anderer stirbt? Seit John Ault 2005 die Leitung übernommen hat, wissen die Insassen, dass jeder Gewaltakt sofort mit Einzelhaft bestraft wird. Wenn man sie vernünftig behandelt, gehen die meisten auch darauf ein, bis auf einige Ausnahmen. Für die haben wir die Blocks 220 und 319. 220 und 319 sind Hochsicherheitstrakt. Ein solcher Trakt wird auch das Loch genannt. Hier verbringen die Häftlinge 23 Stunden am Tag unter Einschluss. Ohne Fernsehen, ohne Radio. Keine Zigaretten und keine Zerstreuung. Nur für Sportübungen dürfen sie täglich in schwer bewachte Einzelkäfige. Das ist der Wahnsinn. Jetzt ist die ganze Zeit laut und man hat nichts zu tun. Ted Severite, verurteilt zu 25 Jahren wegen sexuellen Missbrauchs, wurde vor drei Monaten ins Loch geschickt, weil er einen Mithäftling angegriffen hatte. Seine Mutter und ich schrieben uns Briefe. Ich hatte sie übers Internet kennengelernt und meinem Kumpel Bilder von ihr gezeigt. Er sah sie und regte sich auf. Er bedrohte mich. Da musste ich mich schützen. In der Werkstatt, in der die beiden arbeiteten, schnappte Severite sich einen Hammer. Ich habe den Hammer an meiner Hand festgebunden und als er an mir vorbeiging, rannte ich hin und schlug ihm von hinten einmal auf den Kopf. Genau da. Doch es war ein Klauenhammer und er benutzte das spitze Ende. Wie soll ich das beschreiben? Es war verrückt. Ich fühlte, wie der Hammer eindrang. Der Schädel klaffte auf und ich habe ihn wieder rausgezogen. So wie man einen Nagel rauszieht. Der Mann überlebte schwer verletzt. Severites Verurteilung steht noch aus, aber er wird mindestens noch ein Jahr im Loch bleiben. Und seine Brieffreundin hat er auch verloren. Sie schrieb mir nicht mehr, aber das nehme ich ihr nicht übel. Er ist ihr Sohn. Ja, interessant. Schon seit fünf Jahren sitzt Burt Smith im Block 319. Er verbüßt wegen Mord und bewaffnetem Raufüberfall eine lebenslange Haftstrafe. Taten, die er beging, als er 15 Jahre alt war. Ich wollte mit meinem Bruder und zwei Freunden abhauen. Einer meinte, es wäre eine gute Idee, ein Gewehr mitzunehmen. Mit der Waffe wollten sie einer jungen Frau den Wagen stehlen. Als sie nicht aussteigen wollte, geriet alles außer Kontrolle und eskalierte. Dann passierte der Mord. Mein Bruder stieg aus, steckte den Lauf der Waffe in den Türspalt und schoss. Burt's Zwillingsbruder Derek wurde wegen Mittäterschaft verurteilt. Er wollte den Sicherheitsgurt lösen, aber er bekam ihn nicht auf und wollte ihn mit einem Messer durchschneiden. Die Frau kam zu sich und griff nach ihm. Er geriet in Panik und stach immer wieder auf sie ein. Sie stieg einfach nicht aus. Ich habe das Fenster eingetreten und sie erstochen. Sie ist im Wagen verblutet. Ich sah, wie sie gegen die Tür fiel und ihren letzten Atemzug tat. Da wurde mir genau in diesem Moment schlagartig klar, es ist vorbei. Beide bekamen lebenslänglich. Doch Burt verbringt die meiste Zeit unter Einschluss. Die Probleme begannen schon kurz nach seiner Einlieferung ins ISP. Als ich hierher kam, wurde ich von einem jungen Mann mehrfach sexuell angemacht. Er ließ mich einfach nicht in Ruhe. Ich fand, es war an der Zeit, ein Exempel zu statuieren, damit jeder Bescheid wusste, dass bei mir sowas nicht drin ist. Er zerbrach einen Spiegel und fabrizierte aus einer Scherbe eine Waffe. Wir spielten in der Freizeithalle Karten, da habe ich ihm in den Nacken gestochen. Er hat sehr stark geblutet. Eine Notoperation rettete dem Mann das Leben. Smith findet, er hat seinen Standpunkt klargemacht. Ich lasse mich nicht zum Opfer machen und schon gar nicht zu einem Stricher. Ich will einfach, dass man mich in Ruhe lässt. Und wer glaubt, er könne sich mit mir anlegen, muss dafür büßen. Ich sehe ihn nie. Er sitzt immer in Einzelhaft. In fünf Jahren habe ich ihn einmal gesehen. Während Bert die meiste Zeit im Loch verbringt, geht sein Bruder Derek jedem Ärger aus dem Weg. Er arbeitet in der Küche. Ich habe selten Probleme. Ich versuche lieber mit allen auszukommen. Das ist leichter. Obwohl ihn die Tat seines Bruders ins Gefängnis gebracht hat, ist Derek ihm nicht böse. Niemals. Ich mache ihm keinen Vorwurf, sondern mir. Ich hätte zu jedem Zeitpunkt eingreifen und es verhindern können, dann wäre das alles nicht passiert. Ich hätte jederzeit Nein sagen können. Für einen Augenblick lässt man sich mitreißen und hat nur seinen Spaß. Dann geschieht etwas Unvorhergesehenes und es ist zu spät. Man kann es nicht mehr rückgängig machen. Gangs verstecken sich gern hinter einer Religion. So vermutlich auch die White Supremacists. Sie sind eine ernsthafte Bedrohung. Seit den Krawallen von 1981 und dem Ausbruch von 2005 reagiert das SIRC-Team des ISP beim geringsten Anlass. Wir suchen nach einer Waffe im Innenhof. Die Elite-Truppe sucht jeden Quadratzentimeter des Hofes mit Milchensuchgeräten ab. Oft werden kleinere Waffen vergraben und die sind anders nicht auffindbar. Sieht aus wie ein Stück Draht vom Zaum. Daraus kann man eine Waffe basteln. Man muss es nur gerade biegen. Die Männer, die solche Waffen verwenden, sind besonders gefährlich. In Hochsicherheitsgefängnissen werden gewaltsame Übergriffe meistens von Gang-Mitgliedern angezettelt. In Iowa gibt es etwas mehr als 100 Banden, die auf unserer Liste stehen. Darunter sind traditionelle Chicago-Gangs wie die Gangster Disciples, Vice Lords, Latin Kings genauso vertreten wie die Crips und Bloods. Aber wir haben auch Gefängnisbanden, wie die Aryan Brotherhood und die mexikanische Mafia. Doch die wenigsten sind bereit, ihre Gang-Zugehörigkeit zuzugeben. Ich gehöre zu keiner Gang. Ich trage keine verbeulten Hosen und höre keine verrückte Musik. Darüber sollte man nicht reden, sonst bekommt man Ärger. Dazu sage ich nichts. Einige haben Angst, über Gangs zu reden, weil sie Repressalien fürchten. Andere schweigen wegen der neuen Null-Toleranz-Politik. Bei der geringsten Demonstration einer Gang-Zugehörigkeit kommen sie unter Einschluss in den Hochsicherheitstrakt. Und unser Nachrichtendienst funktioniert sehr gut. Den größten Erfolg hat das SIRT-Team mit seinen Durchsuchungen. Auf diesen Taschentüchern befinden sich Zeichnungen der Serenius. Sie beschreiben Dinge aus dem Leben des Gang-Mitglieds. Sie sind sehr komplex und gut gemacht. Auf diesem Tablett hat sich ein Mitglied der Saturn Disciples verewigt. Mit überwiegend weißen Insassen geht die größte Bedrohung von den White Supremacists aus. Doch die Gefängnisleitung ist überzeugt, dass die weißen Gangs sich hinter einem anderen Namen verstecken. Ich gehöre zu einer Kirche, die sich Church of the New Song nennt. Sie gilt seit langem als Bedrohung, obwohl es eine christliche Kirche ist, die Gewalt ablehnt. Diese Kirche kann man getrost als Pseudoreligion bezeichnen. Sie entstand in den 70er Jahren in den Bundesgefängnissen. Unter diesem Deckmantel vereinigen sich verschiedene Gruppen der White Supremacists und nennen sich Kirche. Das sind keine Banden, nur ein Haufen Weiße, die sich in der Kirche zusammenfinden. Plötzlich sollen es Gang-Mitglieder sein. Für Travis Goley ist diese Kirche ein patriotischer Verein. Wir glauben an ein Amerika, wie es 1776 gegründet wurde. Das wollen wir wiederherstellen. Ich glaube nicht, dass Freiheitskämpfer wie Paul Revere und Männer wie George Washington und Abraham Lincoln Gang-Mitglieder waren. Die Gefängnisleitung sieht das anders. Mitglieder der Church of the New Song haben andere Häftlinge und Beamte bedroht. Sie haben Waffen und Drogen ins Gefängnis geschmuggelt. Sie stellen für unsere Arbeit eine ernsthafte Bedrohung dar. Hier ist man davon überzeugt, dass diese Kirche nicht nur Gewalt predigt, sondern auch Hass unter den anderen Insassen sät. Ich war in ein paar Boxkämpfe verwickelt und wurde gemeldet, weil ich ein White Supremacist sein soll. Der 22 Jahre alte Eric Webb wurde wegen antisemitischer Ausschreitungen ins Loch geschickt. Wir waren in unseren Käfigen und rechts und links von mir waren Juden. Ich mochte sie nicht, sie haben mich verarscht. Da habe ich in einen Becher gepinkelt und beide damit bespritzt. Der Wärter kam und nannte mich Pussy. Da habe ich ihn mit Wasser bespritzt. Das war keine Pisse. Obwohl die meisten Insassen jede Gang-Zugehörigkeit leugnen. Ich höre keine Scheiße, ich sehe keine Scheiße und ich erzähle keine Scheiße. Sind sie dennoch bereit, für ihre Überzeugung sichtbar Zeugnis abzulegen? Ich gehöre zu keiner Gang. Ich habe nur gewisse Grundsätze. Hier mein FTW. Fuck the World. Im Nacken habe ich eine Swastika und auf den Armen steht 110% Weißer. Die Vollzugsbeamten wissen, sie können weder die Gangs ausschalten, noch den Hass, den sie verbreiten. Doch sie sind entschlossen, tödliche Waffen von ihnen fernzuhalten. Wir haben im Laufe der Jahre einiges gefunden. Aber sie wissen, dass wir den Hof zwei, drei Mal im Jahr absuchen und richten sich darauf ein. Und was jetzt? Diesmal hat die Suche wenig gebracht. Kronkorken, ein bisschen Schrott und ein paar Bodenplatten. Doch im ISP lauert die Gefahr überall. Wenn man durch die Tür geht, darf man nie vergessen, wo man ist. Ich komme jeden Tag hierher und möchte abends wieder nach Hause gehen. Unvermutet erreicht die Vollzugsbeamten einen Hilferuf aus der Psychiatrie. Sie benehmen sich wie Kinder, aber es sind viele Mörder darunter. Einige der Insassen des ISP wurden isoliert, weil sie innerhalb des Gefängnisses gewalttätig wurden. Weitere 200 wurden von den anderen getrennt, weil sie als psychisch gestört gelten. Sie stehen unter besonderer Beobachtung. Sie benehmen sich wie Kinder, aber es sind viele Mörder darunter. Die sagen, ich wäre ein Mörder und ein bewaffneter Räuber. Und das stimmt nicht? Sie sind unschuldig. Ich bin unschuldig, aber ich habe ein paar Leute erschossen. Bill Brando sitzt lebenslänglich wegen Mordes. Ich wurde verurteilt, weil ich eine Person erschossen habe. Es war meine Mutter. Ich habe sie so rücksichtsvoll hingerichtet, wie ich konnte. Ich habe den ganzen Abend mit ihr verbracht. Wir haben zusammen gegessen und ich habe ihr gesagt, dass ich sie liebe, bevor ich sie getötet habe. Jede Religion der Welt würde es richtig finden, dass ich das getan habe, bevor ich ins Gefängnis musste, weil ich andere erschossen hatte. Psychisch kranke Täter kann man nicht in der normalen Einzelhaft unterbringen. Sie können sehr laut und zänkisch sein und das geht den Leuten auf die Nerven. Daher hat das Gericht entschieden, sie von den anderen zu trennen. Michael O'Reilly ist im ISP seit 14 Jahren Berater im Strafvollzug. Sie regen sich auf wegen nichts. Er betreut Insassen, die rund um die Uhr unter Einschluss sind. In dieser Abteilung gibt es Straftäter, die ihre komplette Zeit hier verbringen. Hier kommen sie am besten zurecht. Schönen Tag! Wie geht's, Roman? Auch Roman Fountain wird vermutlich seine gesamte Strafe in dieser Abteilung absitzen. Er ist hier, weil er weibliche Angestellte grundsätzlich angreift. Ich weiß nicht, was der Auslöser ist und wir werden es vielleicht nie erfahren. Alle unsere Psychologen sind Frauen. Daher werden wir mit dem derzeitigen Personal kaum eine tiefenpsychologische Analyse erhalten. Auch wenn Sie nur eine Person anschreien und beschimpfen, ist das eine zu viel. Sie lachen, doch ich meine es ernst. Ich weiß, was Sie meinen. Worüber haben wir gestern gesprochen? Weiß ich doch. Sie wissen, was ich gesagt habe. Wie lange müssen Sie hierbleiben, wenn Sie nicht aufhören? Bis Thanksgiving. Bis Thanksgiving. Thanksgiving nächstes Jahr. Er muss aufhören, sich gegen jeden so aggressiv zu verhalten, nicht nur gegen Frauen. Er wurde mehrfach verwarnt und weiß genau, wenn er so weitermacht, sitzt er seine gesamte Strafe in dieser Zelle ab. Und das ist eine ganze Weile. Also muss er damit aufhören. Er hat gesagt, wenn ich so weitermache, muss ich lange in dieser Zelle bleiben. Und? Machen Sie so weiter? Das reicht mir. Das Sir-Team muss auch hier regelmäßig für Ordnung sorgen, wenn die Situation zu eskalieren droht. McCormick und Clark sind gekommen, um einen widerspenstigen Insassen aus der Zelle zu holen. Er hat alles kurz und klein geschlagen und wollte nicht zur Tür kommen, um sich Handschellen anlegen zu lassen. Bevor Sie reingehen, müssen Sie sicher sein, dass er nicht bewaffnet ist. Ziehen Sie sich aus. Wollt ihr meinen Schwanz sehen? Kaum. Wir machen unseren Job. Ich kann euch auch meinen Arsch zeigen. Interessiert mich auch nicht. Jetzt die Arme über den Kopf. Oberlippe, Unterlippe und jetzt die Ohren. Hebe mal die Eier hoch. Jetzt umdrehen und nun die Fußsohlen. 27 aufmachen. Er war die ganze Zeit kooperativ. Wir hatten keine Probleme mit ihm. Er hat ein bisschen geflucht, aber das ist normal. Die SIRT-Einheit steht vor einer schwierigen Aufgabe. Sie muss in einem derart gefährlichen Umfeld für die Sicherheit der Vollzugsbeamten und aller Angestellten sorgen und die Außenwelt schützen. Ein Auftrag, der sich nur in einem guten Team bewältigen lässt. Wir sind den ganzen Tag zusammen. Fünf Tage die Woche. Das ist mehr Zeit, als wir mit der Familie verbringen. Man vertraut den Jungs sein Leben an. Wir haben das beste SIRT-Team von Iowa. Vielleicht sogar eines der besten der Vereinigten Staaten. Ich habe ein paar tolle Jungs hier. Sie nehmen ihren Job und ihr Training sehr ernst. Ich verlange von niemandem, dass er bei diesem oder jenem der Beste ist. Er soll nur jedes Mal sein Bestes geben. Ich will, dass er das Beste, was du kannst. ... des Bundesgefängnisses von Iowa. Nur eine neun Meter hohe Mauer trennt die Einwohner von Fort Madison von einigen der gewalttätigsten Verbrecher. Die meisten, die hier einsitzen, haben die furchtbarsten und abscheulichsten Verbrechen begangen. Einige wurden aus anderen Strafanstalten hierher verlegt, weil man nicht mit ihnen fertig wurde. Sie kennen keine Rücksicht. Man kommt hier rein und plötzlich passiert ein Mord. Oder ein Beamter wird mit einem Dosenöffner angegriffen. Man muss bei jedem Schritt, bei jedem Häftling, den man trifft, damit rechnen, dass so etwas passiert. Das ISP ist das einzige Hochsicherheitsgefängnis von Iowa. Hier leben die Schlimmsten der Schlimmsten. Seit ich hier bin, wurde ich von keinem der Häftlinge verletzt oder vergewaltigt. Und wissen sie warum? Die wissen, ich würde sie aufspüren und umbringen. Bei einem Kräfteverhältnis von 20 zu 1 zugunsten der Insassen stehen die Vollzugsbeamten vor der schweren Aufgabe, Verbrecher im Zaum zu halten, die sich in anderen Gefängnissen allem widersetzten. Deshalb gibt es hier für brenzlige Situationen eine Spezialeinheit. Das Correctional Emergency Response Team, kurz CERT genannt. Eine Eliteeinheit unter dem Kommando von Lieutenant Bernie Schneider. Unsere Aufgabe besteht darin, diesen Ort für Insassen und Mitarbeiter sicherer zu machen. Wir begleiten aufsässige Häftlinge, sobald sie die Zelle verlassen. Zur Aufgabe von CERT gehört auch die Durchsuchung der Zellen nach Waffen und Schmuggelwaren. Unter der Matratze findet man nichts, aber sie schneiden oft Löcher rein. So wie das hier. Daran lässt sich gut Schmuggelware verstecken. Im Laufe der Jahre hat das Team ein beachtliches Arsenal beschlagnahmt. Dieses Handball wurde in einer der Werkstätten aus Metallresten hergestellt. Mit diesem Messer wurde ein Häftling enthauptet. Das ist die Art von Waffe, die sie bei einem Aufstand ganz offen tragen, damit wir sie auch ja sehen. Sobald wir unser Augenmerk darauf richten, entgeht uns die kleinere Waffe in der anderen Hand. Und das ist die, mit der er zusticht. Ziel der Einheit CERT ist es, den Strafgefangenen immer einen Schritt voraus zu sein, damit sich die Vorkommnisse von 1981 nicht wiederholen. Damals hatten Häftlinge genügend Waffen versteckt, um das Gefängnis unter ihre Kontrolle zu bringen. Sobald wir die Alarmsirene hören, sind die Bilder von damals wieder da. Der Aufstand begann morgens um neun. Wir wussten sofort, was los war. Überall rannten Häftlinge schreiend herum. Als wir reingingen, standen schon zwei da. Einer hatte ein Gewehr, der andere ein Messer. Wir mussten mit erhobenen Händen durch die Küche wieder raus. Innerhalb kürzester Zeit hatten die Aufrührer acht Vollzugsbeamte als Geiseln genommen. Wir mussten mit ansehen, wie sie alles auseinander nahmen. Im Hof stand ein Traktor, mit dem haben sie die Zäune niedergerissen. Erst um 22 Uhr konnten die Beamten, unterstützt von der Highway Patrol, das Gefängnis stürmen und wieder unter ihre Kontrolle bringen. Zwölf Stunden hilflos warten, wenn die Freunde als Geiseln gehalten werden. Das soll keiner je wieder durchmachen müssen. Am Ende sah das Gefängnis aus, als sei ein Tornado der Stärke 5 darüber gefickt. Der Aufstand zog drastische Veränderungen nach sich. Monatelang blieben die Insassen 23 Stunden am Tag unter Einschluss in den Zellen. Und die Verwaltung beschloss, die SIRT-Einheit zu gründen. Fünf Jahre später wurde das Team auf eine harte Probe gestellt. 6. Januar 1986, 7 Uhr morgens. Bewaffnete Häftlinge stürmen das Gebäude Nummer 319 und nehmen sechs Vollzugsbeamte als Geiseln. Sie hatten das ganze Gebäude besetzt und das gesamte Personal überwältigt. Innerhalb einer Stunde haben wir gestürmt. Ein Heckenschützer am anderen Ende des Innenhofs entdeckt die Insassen. Sie haben sich mit ihren Geiseln im dritten Stock verbarrikadiert. Wir legten unsere Kampfanzüge an. Dann drangen vier Teams nacheinander in die unteren Bereiche vor. Sie machten viel Lärm als Ablenkungsmanöver, damit wir uns den dritten Stock vornehmen konnten. 30 Sekunden später stürmt das bewaffnete SIRT-Team das besetzte Büro. Kaum sahen sie unsere Gewehre, hoben alle die Hände hoch und das war das Ende. Man hörte sogar, wie die Häftlinge ihre Zellentüren zuwarfen. Kein einziger wollte unseren Waffen gegenüberstehen. 1986 war der Spuk in weniger als zwei Stunden vorbei. Mehrere Insassen wurden schwer verletzt. Ich hatte sogar mit Toten gerechnet, aber kein Beamter wurde verletzt und kein Häftling getötet. Ein gutes Ende. SIRT hatte die Feuertaufe bestanden. Ich sage meinen Leuten immer, wir hatten einen Aufstand mit sechs Geiselnahmen und ich war trotzdem pünktlich zu Hause. Doch der schwärzeste Tag in der langen Geschichte des Gefängnisses bleibt für jeden, der im ISP arbeitet, der 14. November 2005. Damals passierte das Unvorstellbare. Zwei der gewalttätigsten Verbrecher flohen über die Mauer ins friedliche Fort Madison. Ich erhielt so gegen 19.30 Uhr einen Anruf von der Nachmittagsschicht. Der Sergeant informierte mich, dass zwei zu lebenslänglich verurteilte Mörder entflohen waren. Etwa eine Stunde zuvor waren Robert LeGendre und Martin Moon durch das Fenster des Werkstattgebäudes entkommen. Hier war damals alles geschlossen, doch sie konnten sich trotzdem reinschleichen. Sie hatten sich unter anderem ein Seil und einen Greifhaken bereitgelegt. Dieses Fenster war damals noch nicht so gesichert wie heute. Sie traten es ein und gelangten in den Hof. Von dort liefen sie zu dem Zaun. Von diesem Dach kann man den Fluchtweg verfolgen. Die Entscheidung, genau hier über die Mauer zu fliehen, war wohl überlegt. Die beiden wussten, dass der angrenzende Turm aus Kostengründen unbesetzt war. Als sie das Geländer erreicht hatten, haben sie ihr Seil beim unbesetzten Turm 4 befestigt, sind über den Überhang gestiegen und haben sich runtergelassen. Wir haben daraufhin sofort den Außenbereich abgesucht. Sie sind da rüber, durch die alte Waschanlage, vorbei am Geldautomaten. Von da gelangten sie in die Innenstadt. Über die Lautsprecheranlage, die normalerweise für Tornado-Warnungen vorgesehen ist, wandte sich die Polizei an die Bevölkerung. Wir benutzten dieses Außenwarnsystem. Die Ansage lautete, Achtung, Achtung, zwei Häftlinge sind aus der Strafanstalt geflohen. Vermutlich sind sie im Ostteil der Stadt. Bitte verschließen Sie Ihre Türen, schalten Sie Fernseher und Radio ein. Falls Sie etwas Verdächtiges im Haus oder der Garage bemerken oder eine unbekannte Person auf der Straße, rufen Sie die Polizei. Als die Flucht entdeckt wurde, rief mein Chef, Lieutenant Bernie Schneider, mich zu Hause an. Ich wohne nur drei Kilometer vom Gefängnis entfernt und machte mir Sorgen, meine Frau und mein Baby allein zu lassen. Bevor er zum Dienst eilt, bereitet er seine Frau auf das Schlimmste vor. Ich sagte meiner Frau, sie soll die Türen abschließen, gab ihr meine Pistole und wies sie kurz ein. Meine Frau kennt meinen Job. Sie hat nie versucht, mich zurückzuhalten. Aber ich hatte Bedenken, meine Familie allein zu lassen. Diese Typen konnten ganz in der Nähe sein. Eine Stadt hält den Atem an. Zwei Mörder laufen frei herum. Nach allem, was wir wussten, mussten wir damit rechnen, dass die beiden sehr geduldig, erfinderisch und zum Äußersten bereit waren. Fort Madison in Iowa gehörte zu den Städten, in denen die Leute sich sicher fühlten. Viele ließen ihre Türen unverschlossen, bis zum 14. November 2005. Der Tag, an dem die beiden verurteilten Mörder Robert Legendre und Martin Moon aus dem Gefängnis ausbrachen, war für alle ein Schock. Das Gefängnis war nie eine Bedrohung. Ich hätte nie gedacht, dass sie die Mauer überwinden. Gegen 18.30 Uhr waren Legendre und Moon mit Hilfe eines Seils und eines Greifhakens über die neun Meter hohe Mauer geflohen. Ein Informant erzählt den Vollzugsbeamten, sie hätten die Absicht, eine Familie als Geiseln zu nehmen. Als wir von der Flucht erfuhren, war ich mit meinem Mann und meinen beiden Kindern in unserem Haus, etwa vier Blocks vom Gefängnis entfernt. Wir gingen ums Haus, kontrollierten alle Fenster und verschlossen alle Türen. Etwas, was wir um diese Tageszeit sonst nicht tun. Damals waren unsere Kinder sechs Monate und zweieinhalb Jahre alt. Nach allem, was wir wussten, mussten wir damit rechnen, dass die beiden sehr geduldig, erfinderisch und zum Äußersten bereit waren. Wir sind davon ausgegangen, dass die Häftlinge sich irgendwo in der Stadt aufhielten. Wir wurden der Polizei zur Unterstützung bei den Hausdurchsuchungen zugeteilt. Wir gingen mit schussbereiter Waffe von Tür zu Tür, gefolgt von einem Sergeant mit Hund. Wir haben jedes Haus untersucht und keinen Raum ausgelassen. Die Lage in Fort Madison bleibt angespannt. Bis Moon drei Tage später in Illinois geschnappt wird. Einen Tag später wird Lichendre in Missouri verhaftet. Ich kann nur sagen, 11.000 Leute haben erleichtert aufgeatmet. Das Gefühl von Sicherheit in Fort Madison war weg, doch etwa 30 Tage später hatte sich alles wieder beruhigt. Nicht so auf der anderen Seite der Gefängnismauern. Der Leiter des ISP und zwei weitere leitende Angestellte wurden versetzt und die Stadt bekam einen neuen Sheriff. John Ault wurde der siebte Direktor in nur zwölf Jahren. Ich bin jetzt seit 33 Jahren im Dienst. Wenn man seine Arbeit nicht vernünftig macht, werden Menschen verletzt und getötet. Eine seiner ersten Maßnahmen war die Einführung einer Null-Toleranz-Politik, die auch die kleinste Regelverletzung ahndet. Wer bei einem Kampf erwischt wird, wird für ein Jahr eingesperrt. Einige Häftlinge machten, was sie wollten und als wir sagten, damit sei Schluss, wurden sie wütend. Doch sie haben selbst Schuld. Der neue Direktor verbesserte auch die Belohnungen für Informanten. Über Notizen oder Kassiber erfahren die Beamten von Regelübertretungen noch bevor sie stattgefunden haben. Und das sät Zwietracht unter den Häftlingen. Wer hier eine Regel bricht, wird sofort verpfiffen. Hier gibt's viele Verräter. Sie rennen sofort los zum nächsten Aufseher oder schieben ihm einen Kassiber zu. Ein Haufen Scheiße. Man sollte meinen, im Knast ist man von Leuten umgeben, die ihr Maul halten und sich um ihren eigenen Kram kümmern. Aber hier ist es so eng, da redet jeder über jeden. Das ist kein normales Gefängnis. Die Sicherheitsvorkehrungen im ISP wurden auch durch ein neues Alarmsystem verstärkt. Und durch rund 300 Überwachungskameras, die alle mit dem Kontrollzentrum verbunden sind. Unsere Kameras sind überall. Wie hier im Gefängnishof. Wir können die Insassen auf Schritt und Tritt verfolgen, aber es gibt immer tote Winkel, wo uns was entgeht. Und so ein toter Winkel ermöglichte Moon und Ligendre 2005 die Flucht, als sie in der Nähe eines unbesetzten Turms über die Mauer entkamen. Etwas, das nie wieder passieren wird. Das ist eine Ruger Mini-14. Sie hat eine Reichweite von etwa 275 Metern bei offener Visierung. Oben auf dem Turm hat man damit eine sehr wirkungsvolle Waffe. Und das wissen die da unten. Und schließlich hat John Ault der SIRT-Einheit noch eine weitere Aufgabe übertragen. Die Überprüfung der Fenstergitter an den Zellenblocks. Wir kontrollieren die Gitterstäbe in regelmäßigen Abständen. Wir haben Plastikhämmer und falls die Stäbe angesägt wurden, macht das ein typisches Geräusch. Wir klopfen sie ab und rütteln im Zweifelsfall dran. Einmal stießen wir auf drei Stäbe, die durchgesägt, mit Zahnpasta wieder zusammengeklebt und übermalt worden waren. Man konnte sie mit der bloßen Hand rausziehen. Wir haben die Flucht also gerade noch rechtzeitig verhindert. Doch keine dieser neuen Maßnahmen macht die Verurteilten weniger gefährlich. Bei einigen ist besondere Vorsicht geboten. Roman Fountain wurde ins ISP verlegt, nachdem er vier weibliche Vollzugsbeamte angegriffen hatte. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden verschärft. Er wird vom SIRT-Team in die Zelle gebracht. Mal sehen, wie er sich benimmt. Wie alle neuen Häftlinge erhält Fountain eine Grundausstattung, die als besonders sicher gilt. Er bekommt eine Sicherheitszahnbürste mit verkürztem Griff, sodass er weder sich noch andere verletzen kann. Und einen Sicherheitskugelschreiber, total flexibel. Auch damit kann man niemanden verletzen. Zunächst muss Fountain in die medizinische Abteilung, in der psychisch gestörte Häftlinge untergebracht sind. Oder solche, die besonders beobachtet werden müssen. Mit seiner Vorgeschichte von Gewalt gegen Frauen wird Fountain hierbleiben, bis es als sicher gilt, ihn zu den anderen Häftlingen zu lassen. Er könnte auch für den Rest seiner Strafe hierbleiben müssen. Ich habe ein Problem mit Frauen, weil ich nicht mag, wenn sie ihre Spiele mit mir treiben. Ich mag gar nicht daran denken. Ich habe Probleme mit Frauen. Ich mag es nicht. Ich kann nicht mal daran denken. Er wurde buchstäblich gegen jede Frau in seinem Umfeld ausfallend und beleidigend. Das muss aufhören. Oder er sitzt seine gesamte Strafe in der Einzelzelle ab. Da gibt es kein Wenn und Aber. Er bekommt keine Gelegenheit, irgendjemanden zu verletzen. Die größte Herausforderung für die SIRT-Einheit sind Zellenräumungen. Das SIRT-Team macht seine Arbeit und geht. Die Strafanstalt in Fort Madison ist Endstation für Iowas schlimmste Verbrecher. In anderen Gefängnissen wird nicht lange gefackelt. Wer zu viel Mist baut, landet hier. Denn hier sorgt das speziell ausgebildete Elite-Team SIRT für Ordnung. Das ist die letzte Warnung. Es kommen noch andere Tage. Wir übernehmen die Arbeit, die den anderen Vollzugsbeamten unangenehm ist, weil sie nach so einer Aktion oft zur Tagesordnung übergehen müssen. Wir müssen hier in eine halbe Stunde übergehen. Auf einem Schießstand in der Nähe übt das Team mit Blindgranaten den Ernstfall einer Geiselnahme. Doch die Übung wird durch einen Alarm unterbrochen. Alle müssen sofort zurück. Wenn wir da sind, wissen wir mehr. Wenn Insassen sich weigern, die Anweisungen der Beamten zu befolgen, kommt das SIRT-Team und räumt die Zelle. Jeremy, zum letzten Mal. Komm und lass dir die Handschellen anlegen, damit wir dich verlegen können. Öffnet die Elf! Die meisten zeigen sich allein beim Anblick des Teams kooperativ. Doch nicht alle. Einige schütten Shampoo auf den Boden und schmieren sich mit Vaseline ein, damit wir sie nicht packen können. Das macht es natürlich schwieriger. Im Besprechungszimmer erfährt Lieutenant Schneider Näheres über die Situation in dem Block, wo der Alarm ausgelöst wurde. Ein Häftling will nicht aus der Dusche kommen. Im Block 220 hat sich Häftling Fickling in der Dusche eingesperrt. Er wurde mit Schmuggelware erwischt und daraufhin wurde seine Sportstunde gestrichen. Alle Insassen unter Einschluss dürfen täglich eine Stunde im Hof in einem Sicherheitskäfig trainieren. Jeremy wurde erwischt. Er hat ein Stück aus dem Metallzaun gebrochen, vermutlich um daraus eine Waffe zu basteln. Als sie ihn in der Dusche filzen wollten, weigerte er sich rauszukommen und hat mit Mord gedroht. Macht euch fertig. Meine Devise lautet, reingehen, die Sache erledigen und Rückzug. Ich gebe jedem eine Chance, freiwillig rauszukommen. Mich interessiert nicht, warum er nicht rauskommen will. Ich bin nicht hier, um gute Ratschläge zu erteilen. Er hat seine Chance und die ergreift er hoffentlich. Wenn nicht, hat er selbst Schuld. Für eine Zellenräumung werden für gewöhnlich fünf Männer eingesetzt. Drei gehen rein und überwältigen den Häftling, einer legt ihm die Fesseln an und der Einsatzleiter bleibt draußen und gibt Anweisungen, wie ein Fußballtrainer. Wir geben ihm eine Chance. Danach gehen wir sofort rein. Noch Fragen? Fickling weigert sich, aus der Dusche zu kommen, weil die Beamten, die ihn nach Waffen durchsuchen wollten, beim Anlegen der Handschellen zu brutal vorgingen. Ihr alle wollt mich filzen? Umdrehen und darüber. Egal, was die gesagt haben, ich hab nie Widerstand geleistet. Die wollten mir die Gelenke brechen. Haben Sie schon mal Beamte angegriffen? Nein, nie. Sie schmeißen nur mit Seife? Stimmt. Mr. Fickling, wir werden Sie jetzt filzen. Cool, ich hab nichts, Mann. Nichts aus dem Käfig mitgebracht? Nein, ich hab nichts gemacht. Die Beamten suchen bei Fickling nach dem Stück Metalldraht oder etwas anderem, woraus sich eine Waffe machen ließe. Drehen Sie sich um. Öffnen Sie den Mund, strecken Sie die Zunge raus. In Ordnung. Gesicht zur Wand. Wir ziehen Ihnen jetzt Ihre Shorts und die Schuhe wieder an. Okay, rückwärts raus. Nachdem sicher ist, dass er nichts bei sich hat, begleitet das SIRT-Team den Häftling zurück in seine Zelle. So soll's sein. Er kam raus. Er wollte nur mal jemanden sehen, der nicht im Block arbeitet. Die Einheit kommt, erledigt die Arbeit und geht. Das ISP beherbergt die schlimmsten Verbrecher des Staates Iowa. Doch im Block 319 wohnen die Schlimmsten der Schlimmsten. Ich hab das Fenster eingetreten und sie erstochen. Sie ist im Wagen verblutet. Lieutenant Bernie Schneider, Leiter des Elite-Teams SIRT im Gefängnis in Fort Madison, hat schon viel Wahnsinns-Taten erlebt. Doch ein Gewaltdelikt unter den Häftlingen wird ihm immer im Gedächtnis bleiben. Ich werde den Mord im Speisesaal nie vergessen. Ein Typ wurde erstochen und zwar mit solcher Gewalt, dass der Stich durch den Körper ging und die Spitze der Waffe sich in den Zementboden bohrte. Unter der Leiche hatte sich eine riesige Blutlache von fast 1,80 Meter Durchmesser gebildet. Aber es war nicht der Mord an sich, der mich so entsetzt hat, sondern die Tatsache, dass die anderen seelenruhig ihr Frühstück aßen. Sie haben nicht mal hingesehen. Wie kann ein Mensch da sitzen und sein Müsli essen, während neben ihm ein anderer stirbt? Seit John Ault 2005 die Leitung übernommen hat, wissen die Insassen, dass jeder Gewaltakt sofort mit Einzelhaft bestraft wird. Wenn man sie vernünftig behandelt, gehen die meisten auch darauf ein, bis auf einige Ausnahmen. Für die haben wir die Blocks 220 und 319. 220 und 319 sind Hochsicherheitstrakt. Ein solcher Trakt wird auch das Loch genannt. Hier verbringen die Häftlinge 23 Stunden am Tag unter Einschluss. Ohne Fernsehen, ohne Radio. Keine Zigaretten und keine Zerstreuung. Nur für Sportübungen dürfen sie täglich in schwer bewachte Einzelkäfige. Das ist der Wahnsinn. Jetzt ist die ganze Zeit laut und man hat nichts zu tun. Ted Severite, verurteilt zu 25 Jahren wegen sexuellen Missbrauchs, wurde vor drei Monaten ins Loch geschickt, weil er einen Mithäftling angegriffen hatte. Seine Mutter und ich schrieben uns Briefe. Ich hatte sie übers Internet kennengelernt und meinem Kumpel Bilder von ihr gezeigt. Er sah sie und regte sich auf. Er bedrohte mich. Da musste ich mich schützen. In der Werkstatt, in der die beiden arbeiteten, schnappte Severite sich einen Hammer. Ich habe den Hammer an meiner Hand festgebunden und als er an mir vorbeiging, rannte ich hin und schlug ihm von hinten einmal auf den Kopf. Genau da. Doch es war ein Klauenhammer und er benutzte das spitze Ende. Wie soll ich das beschreiben? Es war verrückt. Ich fühlte, wie der Hammer eindrang. Der Schädel klaffte auf und ich habe ihn wieder rausgezogen, so wie man einen Nagel rauszieht. Der Mann überlebte schwer verletzt. Severites Verurteilung steht noch aus, aber er wird mindestens noch ein Jahr im Loch bleiben. Und seine Brieffreundin hat er auch verloren. Sie schrieb mir nicht mehr, aber das nehme ich ihr nicht übel. Er ist ihr Sohn. Schon seit fünf Jahren sitzt Burt Smith im Block 319. Er verbüßt wegen Mord und bewaffnetem Raufüberfall eine lebenslange Haftstrafe. Taten, die er beging, als er 15 Jahre alt war. Ich wollte mit meinem Bruder und zwei Freunden abhauen. Einer meinte, es wäre eine gute Idee, ein Gewehr mitzunehmen. Mit der Waffe wollten sie einer jungen Frau den Wagen stehlen. Als sie nicht aussteigen wollte, geriet alles außer Kontrolle und eskalierte. Dann passierte der Mord. Mein Bruder stieg aus, steckte den Lauf der Waffe in den Türspalt und schoss. Burt's Zwillingsbruder Derek wurde wegen Mittäterschaft verurteilt. Er wollte den Sicherheitsgurt lösen, aber er bekam ihn nicht auf und wollte ihn mit einem Messer durchschneiden. Die Frau kam zu sich und griff nach ihm. Er geriet in Panik und stach immer wieder auf sie ein. Sie stieg einfach nicht aus. Ich habe das Fenster eingetreten und sie erstochen. Sie ist im Wagen verblutet. Ich sah, wie sie gegen die Tür fiel und ihren letzten Atemzug tat. Da wurde mir genau in diesem Moment schlagartig klar, es ist vorbei. Beide bekamen lebenslänglich. Doch Burt verbringt die meiste Zeit unter Einschluss. Die Probleme begannen schon kurz nach seiner Einlieferung ins ISP. Als ich hierher kam, wurde ich von einem jungen Mann mehrfach sexuell angemacht. Er ließ mich einfach nicht in Ruhe. Ich fand, es war an der Zeit, ein Exempel zu statuieren, damit jeder Bescheid wusste, dass bei mir sowas nicht drin ist. Er zerbrach einen Spiegel und fabrizierte aus einer Scherbe eine Waffe. Wir spielten in der Freizeithalle Karten. Da habe ich ihm in den Nacken gestochen. Er hat sehr stark geblutet. Eine Notoperation rettete dem Mann das Leben. Smith findet, er hat seinen Standpunkt klar gemacht. Ich lasse mich nicht zum Opfer machen. Und schon gar nicht zu einem Stricher. Ich will einfach, dass man mich in Ruhe lässt. Und wer glaubt, er könne sich mit mir anlegen, muss dafür büßen. Ich sehe ihn nie. Er sitzt immer in Einzelhaft. In fünf Jahren habe ich ihn einmal gesehen. Während Bert die meiste Zeit im Loch verbringt, geht sein Bruder Derek jedem Ärger aus dem Weg. Er arbeitet in der Küche. Ich habe selten Probleme. Ich versuche lieber mit allen auszukommen. Das ist leichter. Obwohl ihn die Tat seines Bruders ins Gefängnis gebracht hat, ist Derek ihm nicht böse. Niemals. Ich mache ihm keinen Vorwurf, sondern mir. Ich hätte zu jedem Zeitpunkt eingreifen und es verhindern können. Dann wäre das alles nicht passiert. Ich hätte jederzeit Nein sagen können. Für einen Augenblick lässt man sich mitreißen und hat nur seinen Spaß. Dann geschieht etwas Unvorhergesehenes und es ist zu spät. Man kann es nicht mehr rückgängig machen. Gangs verstecken sich gern hinter einer Religion. So vermutlich auch die White Supremacists. Sie sind eine ernsthafte Bedrohung. Seit den Krawallen von 1981 und dem Ausbruch von 2005 reagiert das SIRC-Team des ISP beim geringsten Anlass. Wir suchen nach einer Waffe im Innenhof. Die Elite-Truppe sucht jeden Quadratzentimeter des Hofes mit Minensuchgeräten ab. Oft werden kleinere Waffen vergraben und die sind anders nicht auffindbar. Sieht aus wie ein Stück Draht vom Zaun. Daraus kann man eine Waffe basteln. Man muss es nur gerade biegen. Die Männer, die solche Waffen verwenden, sind besonders gefährlich. In Hochsicherheitsgefängnissen werden gewaltsame Übergriffe meistens von Gangmitgliedern angezettelt. In Iowa gibt es etwas mehr als 100 Banden, die auf unserer Liste stehen. Darunter sind traditionelle Chicago-Gangs wie die Gangster Disciples, Weißlords, Latin Kings genauso vertreten wie die Crips und Bloods. Aber wir haben auch Gefängnisbanden wie die Aryan Brotherhood und die mexikanische Mafia. Doch die wenigsten sind bereit, ihre Gang-Zugehörigkeit zuzugeben. Ich gehöre zu keiner Gang. Ich trage keine verbeulten Hosen und höre keine verrückte Musik. Darüber sollte man nicht reden, sonst bekommt man Ärger. Dazu sage ich nichts. Einige haben Angst über Gangs zu reden, weil sie Repressalien fürchten. Andere schweigen wegen der neuen Null-Toleranz-Politik. Bei der geringsten Demonstration einer Gang-Zugehörigkeit kommen sie unter Einschluss in den Hochsicherheitstrakt. Und unser Nachrichtendienst funktioniert sehr gut. Den größten Erfolg hat das SIRP-Team mit seinen Durchsuchungen. Auf diesen Taschentüchern befinden sich Zeichnungen der Serenios. Sie beschreiben Dinge aus dem Leben des Gang-Mitglieds. Sie sind sehr komplex und gut gemacht. Auf diesem Tablett hat sich ein Mitglied der Saturn Disciples verewigt. Mit überwiegend weißen Insassen geht die größte Bedrohung von den White Supremacists aus. Doch die Gefängnisleitung ist überzeugt, dass die weißen Gangs sich hinter einem anderen Namen verstecken. Ich gehöre zu einer Kirche, die sich Church of the New Song nennt. Sie gilt seit langem als Bedrohung, obwohl es eine christliche Kirche ist, die Gewalt ablehnt. Diese Kirche kann man getrost als Pseudoreligion bezeichnen. Sie entstand in den 70er Jahren in den Bundesgefängnissen. Unter diesem Deckmantel vereinigen sich verschiedene Gruppen der White Supremacists und nennen sich Kirche. Das sind keine Banden, nur ein Haufen Weiße, die sich in der Kirche zusammenfinden. Plötzlich sollen es Gang-Mitglieder sein. Für Travis Goley ist diese Kirche...